Ich klärte den französischen Herrn darüber auf, dass in Kartoffeln, Äpfeln, Kohl und Reis alle notwendigen Vitamine vorhanden seien und dass wir diese Obst- und Gemüsesorten, die Äpfel waren im Winter etwas schrumpelig, ganzjährig zu kaufen bekamen. Am liebsten hätte ich ihm den Tipp gegeben, doch selbst mal in irgendeine Frucht zu beißen. Ich beließ es bei einem Dankeschön für den Stempel auf meinem Laufzettel und erzählte diese Begebenheit ziemlich wortgetreu meinen Mitbewohnern. Sie schienen sich für alles, was sich auf der westlichen Seite der DDR-Grenze befand, verantwortlich zu fühlen und verteidigten den Herrn mit dem französischen Akzent. Sie kamen gar nicht auf die Idee, dass ich auch gern mal meine Position verstanden wissen wollte. Ich hatte schließlich niemanden, an den ich mich anlehnen konnte, der meine Unsicherheit und Verletzlichkeit verstanden hätte. Wir alle waren wahrscheinlich viel zu jung. Als man mir kurz vor Weihnachten deutlich zu verstehen gab, dass man meine Trauer auch als Undankbarkeit werten könnte und mir der Weg zurück in den Osten ja offen stehen würde, wenn es mir hier nicht gefiele, ein übrigens sehr häufig empfohlener Vorschlag, packte ich meine Plastiktüte und fuhr ins Auffanglager Marienfelde. Gegenüber gab es einen Edeka-Supermarkt. Ich kaufte mir eine grüne Papiertischdecke, einen Messingkerzenleuchter für 5 D-Mark, ein paar Kerzen und einen Tannenzweig. Na, da hatte ich schon Schlimmeres erlebt. Stimmt nicht. Im Gefängnis war ich auf dem Weg in eine andere Welt. In was für eine eigentlich? In der war ich jetzt angekommen. Ich hatte ständig das Gefühl, dass alle Angst davor hatten, dass ich ihnen etwas wegnehmen wollte. Und wenn nicht ihnen ganz persönlich, dann doch immerhin der Allgemeinheit. In Berlin-Reinigendorf wohnte eine Großtante von mir. Zugegeben, ich war ihr bis dahin nur einmal auf der Beerdigung meines Großvaters begegnet. Aber da hatten wir uns sehr nett unterhalten, sodass ich nichts Unnatürliches dabei fand, sie anzurufen und sie zu fragen, ob sie Lust darauf hatte, mit mir eine Tasse Kaffee zu trinken. Sie machte mir den Vorschlag, sie an einem der nächsten Nachmittage zu besuchen. Ich freute mich darauf, einem, wenn auch nur entfernten, aber immerhin Verwandten zu begegnen. Vielen Dank.